Nein. Finde ich noch mal. Finde ich noch mal. Alter, wer legt auf Facebook ein Video hoch, wo Hühnchen in der Schneidemaschine zerquetscht werden? Nääää. So richtige... Alter, geil! Lebende? Ja! Die bewegen sich da und so. Die sind kühlen. Ja, ja, ja. Geh mal in Toplane, Smile. Oh, übrigens, während wir AP gegen AD gespielt haben, hab ich ungefähr 11.000 mal meine Maustaste betätigt. Lol. Echt? Ach so, ja, ja, komm, hör zu. Die Gegner sind, äh, also Kennel Silber 4, ähm, Rippengold 4, äh, Goldkind, ähm, Fiddlesticks, äh, Silber 3, äh, Garen und Silber 2, so. Also alles total erlaubt. Ja, wir haben nur so Loops, Gold 3, Ramji, Loops, Unranked, Kalista. Ja gut, ich war Silber, also... Ja passt. Ja, du warst Silber 1 nach 30 Spielen. Ich bin der einzig, der, der das Auge hat. Ich bin Gold. Ey, guck dir. Wer hat... Ja, dieses, äh, grüne Teil da. Obwohl... Trotz 600 Runden chatbar. Was? 600 Runden? Ja. Es waren 700, ich hab 100 schon... Ey, Algo, wir haben den besten Namen, ich sag's euch, wir haben den besten Namen. Hä? Wie heißt du was? Hä? In den Noten. Deswegen hab ich auch C... Deswegen hab ich auch CML. Okay. Diese Leute hier sind, also mit den Win-Rates total am Arsch. Also wirklich am Arsch. Ich glaub das... Ey! Wer ist Deutsche? Das sind Deutsche. Das sind Deutsche. Das sind Deutsche. Also generell müssten wir ja eigentlich gucken, wer von denen die höchste Win-Lose Rate derzeit hat. Und den müssten wir Dauer campen lassen. Ja. Und, äh, das sind jetzt Garen, Jinx... Wie haben wir denen? Camp einfach! Camp einfach! Oh, die haben Cannon Support! Oh, nee! Was? Wie... Warum pick man Cannon Support? Nein! Die sind so dumm! Stimmt! Hey! Cannon Support mit Ignite! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Riven ist Mitte! Ich hab dir gesagt! Ich hab dir gesagt, pick kein Ding! Das war klar! Ey! Obwohl, ihr könnt switchen, wenn ihr wollt! Aber gegen... Nee! Nee! Top-Lay bin ja noch schlechter! Stimmt, ja! Vor allem kannst du Top-Lay mit deiner Ulti nicht so schön verwalten! Echt?! Okay! Erstmal einen Dagger kaufen! Ich kaufe mir keinen! Soll ich mir einen Relikt-Shield kaufen? Ich weiß nicht! Weiß nicht! Wenn du damit gut Last hitten kannst! Du Riven ist noch Gold-4! Jetzt mach ich fertig! Komm! Was bist du? Mein Gott! Noch weiß ich Gold-4! Das ist ein Spiel defensiv und Farm! Lass den Raiden! Lass den Raiden! Gnar, kommst du bot! Wir haben auch keinen guten Invade! Hallo Gnar! Gnar! Ja, chill doch! Gnar! Gnar! Du kannst Top-Lay gehen! Wir brauchen dich nicht! Äh! Cover einfach! Wett ein bisschen! Wir brauchen dich! Du bist unnötig! Ich hab meine Ego-Skill dafür! Warte! 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 Ich muss den Raiden probieren! Ich warte! Ich krieg ihn wieder nicht rein! Jetzt! Ich krieg den nie rein! Warte! Da ist doch einer! Und weg! Lass draußen! Hab ich den Ward bekommen? Nein! Warte! Aber wir! Nelly! Mach mal das vergammelte Internet aus! Hey! Canon hat kein Flash mehr! Also musst du jetzt Bot-Lamb-Frage hängen gehen! Ja! Wir pushen und leveln! Wir pushen und leveln! Ich kann mich nicht bewegen! Was wenn die die mich angegriffen hätten? Nelly! Macht das verdammelte Internet aus! Ey! Ich schaue mich nicht zuerst mal den Klatsch meiner Schwester gleich eine wenn die nichts kack in der Internet ausmacht! Während das kackt man eigentlich am besten mit Dingens mit Kalister also was gilt man? In Tech Speed! Ich kenn mich für das Item sogar gehen! First Item Hurricane genau weil es noch ist oder noch gebaut? Nein! Und nicht Harry Kane als erstes! Harry Kane ist scheiße als erstes! Nein! Klar! Harry Kane brauchst du als erstes! Weil du am Anfang gar kein... Ich kann jetzt was sich zuerst gemacht! Ich kann jetzt was sich zuerst gemacht! Stopp! Alle ruhig sein! Seid leise! Seid leise! Also! Rashid sag... Rashid... Nein! Rashid sag mal was! Okay wir holen uns jetzt... Du holst dir erst das vampirische Zepter da! Okay nein! Halt's mal! Stopp! Ja? Ja? Das... Echt! Mein ADC... Sag mal was! Ich mein doch das Ding! Ich mein doch das Ding! Ich mein doch das Ding! Das zweite Verjuggler ist nicht zu spät! Jetzt zwischen! Ich muss damit einfach nur besser fahren, weil ich kenne so mehr Gold! Ey du hast beide Lasten verpasst! Ja ich weiß! Ich hab Ewigkeiten keine Kalister mehr gespielt! Ich muss erstmal wieder auf ihren Staden klarkommen! Sauf! Machst du die Lastsets oder soll ich... Ne ne mach du mach du! Nimm den! So! Ich halte dich getroffen! Sauf! Hab ich nicht! Also nur mein Handy! Ja hast aber nicht da! Komm komm Lastsets! Nice! Rein! 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 Auf die Jinx! Also bitte jetzt permanent gepusht! Okay geh weg! Geh weg! Nice! Schön gemacht! Deswegen hüpft man sich den Scheiß auf, wa? Gern geschehen! Hat ganz kurz gelackt! Dann dachte ich ich über den Kalister und wir im Tower! Also ich... Ich liebe einfach Trash! Ich versuche nach hinten zu Darken, aber als Support... Ich nehm Ken Minion! Als Supporter lernst du halt wo die hin Darken wollen! Ey lass gleich Drake machen, oder? Du warst doch nicht so früh! Warte, warte, warte! Doch, Drake und dein Back! Ah! Andi, du hast keine Ahnung! Warte, lass das Ding machen! Warte, erst noch mal rein, damit wir ein bisschen Ruhe schon haben! Okay, komm Drake! Marco! Äh, achso! Sag dann Bescheid, wenn ich eh machen soll, Marco! Lass mich ein bisschen tanken, weil ich danach eh weggehe! Wie viel Damage macht dein Teil? Smite eh! Smite eh! Smite eh! Smite, komm Marco! Nice! Schön! Einfach nur Back! Einfach nur Back! Passt! Wir gehen wieder Bottling, komm! Ja! Er hatte Blue angefangen, hat jetzt Red gemacht! Oh, lass von da! Lass von da gehen! Er ist fast abgelaufen, also er ist genauso... Hat er gleich... Aber welche Wände kann man mit Kalister jetzt eigentlich ordentlich rüberjumpen? Alle dünn! Alle dünn! Ich nehm den... Ich nehm den hinteren Farmen! So ultra langsam! Wenn ich Jinx hocke, werfe ich dir in der Laterne zu Hause! Pass auf! Okay, Jinx hat mehr Farmen versucht einfach zu farmen! Eckig! Nach den Kennen gehen wir rein! Also versuchte ihn zu treffen! Wer ist von denen Chang'ler? Oh fuck, sorry! Mein Kind! Das könnte direkt Bottling kommen! Das ist ein Free-Killer auf der Bot! Lentangang! Ihr könnt warten, bis ich ja bis 6 bin! Da können wir zu viel Bottling! Oh! Ja! Am besten du hast den Andi nichts machen! Oh! Ja egal! Fast! Überlebst du! Ich wurde ignited! Hast du Bottling jetzt rennt? Ja! Eigentlich schon! Ja! Die F-A-K-Level bist du! Die haben kaum Summoners! Also... Canon hat keinen Flash! Und keine Knall! G3! Chillshake noch nicht über 6! Wartet! Run, 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 run! Noch eine Wave! Wir auch! Was tut du? Jungle! Jungle! Jungle weiter! Mach dieses Viech da! Lass mich noch eine Wave machen! Da kann ich Bottling tippen! Ich hab 10 Kommt Exhaust! 10 Kommt Exhaust! Ich bin aber übel slow! So warte! Ich mach noch diese Wave senden und dann komme ich! Aber es geht bisschen zum Tau, damit sie nicht dahin abbricht! Und ich abbricht! Die, die war worden, kommst du hier! Gragas! Okay, bist du 6? Okay, bist du ready? Ja, ich bin so 6! Ready? Go! Hab sie! Nice! Nice! Ja, egal, passt! Nice! Jetzt alle wieder weg! Scheiße! Egal, egal! Fiddle fehlt! Ja, Tower holen! Tower holen! Aber aufpassen! Falls Stören kommt oder so! Na gut, dann kann ich! Wenn sie kommt, sind wir zu dritt, ne? Ja, ist halt aber launt! Die ist Level 6! Hey, bleib hier, bleib hier! Fettsack! Dieser Fettsack! Der heißt nicht, ja! Ey, Riven fehlt! Riven fehlt! Ist doch scheißegal! Der Riven kann nichts! Kack auf den Tower! Fiddle Flash! Out! Fiddle Toplane, also kann Riven nicht deffen! Okay, die haben meinen Red Buff immer noch nicht gemacht! Was? Der steht immer noch da! Nein, ich hab mir... Der Red Buff, ja! Ich hab mir zwei Pings gekauft! Deswegen hab ich mich gewundert, wieso ich so wenig Geld hab! Das erklärt's! Also du bist jetzt Level... Du bist Level 3 gewesen, jetzt bis zu Level 5! Also das ging echt schnell, find ich! Direkt bei den 2 Minuten 30... Ey, das... Das Ranking bleibt eigentlich richtig! Äh, ich soll nicht... Ich muss erstmal meinen ersten Duett machen! Alter, Leute, er ist nicht nur zum Ganken da! Nicht nur'm Bot zu kämpfen! Doch, doch, bist du! Der Blue ist schon wieder da! Der Blue ist schon wieder da! Der Blue ist schon wieder da! Ja! Du hast den Trade! Komm her, ich geb ihn dir! Nein, 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 du dich, du Wette! Nein, nein! Er braucht ihn vielleicht! So, ich hab jetzt voll, ähm... Nee, ich brauch den nicht! Attack Speed gekauft, ja? Kalista, beeil dich! Ich bin Tank Jungle, wenn ich... Ey, du... Erstmal habe... Kennen Mitte? Ja, Kennen! Sagste, mach erst gemacht, brun! Er steht immer nur dumm da! Komm Kalista, solange die nicht gepusht haben, müssen wir jetzt... Darf ich denn, brauchst du Hilfe? Nö, krass nicht! Gut! Garen is back! Du bist 6, nice! Du tust das weiter, dann hast du wieder Ultimating! 100... Nö... 50 Sekunden, oder so? Das ist... Was ist das? Warte, äh... 30! Okay! 30, meine... Warte, ich bin noch ein bisschen... Ich hab keine Schuhe und so, ne? Lass mir zwei Minions! So! Wenn ich den Blue habe, dann kann ich... Also... WTF?! Woher kommt der da viel denn jetzt? Ähm, man kann von... hier aus... dahin ulten! Der kam von hier! als Jungler! Der war hier irgendwo mit der Ulti schon! Ja! Ja, dann ist er von der... Ja, einfach auffassend! Rashid! Wann hast du Ding? Hatte er Blubuff? Ich brauch den Blubuff jetzt! Naja... Nee, hatte der Gegner schon Blubuff? Ja, hatte... Ey, lass Botan ganken und danach direkt Ding! Botlane miss! Ja, nach dem Blubuff komm ich direkt! Reicht! Komm, kommst du! Oh, den Minion! Den kleinen Minion! Komm! Hol dir! Hallo! Bin da? Am Watt? Die haben... Die wissen, dass wir hier sind? Hallo, TF! Ich hab nicht genug! Oh, Mann, das ist meine Ulti! LOL! Nice! Ja! Wie hab ich den gekriegt? Ja, ja! Ich hab gar nicht angegriffen! Toll! Lass Drake! Direkt zum Drake! Toll! Minion-Post! Na, bitte! Da müssen wir den killen! Wir müssen den killen! Hilf mir mal! Mitte! Ja, bin unterwegs! Mitte und dann... Und dann Drake! Genau! Ich hab noch Ghost! Wir können den kriegen! Ja, ich bin ein bisschen low, ne? Oh! Da sollst du... Da sollst du nicht reingehen! Geh, pass, pass! Ja! Eigentlich müsste Trash hinterher kommen! Ja, nee! Wir haben noch Vildes gekillt! Falls ihr es nicht gemerkt! Ja! Nein! Nein! Mach den nicht! Mach den nicht! Mach den nicht! Wieso machst du das Ding? Du brauchst deinen Smite und so! Los! Ja, gut! Notfalls haben wir meine Sperre! Die tun auch weh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wenn ich die gekriegt hätte, wäre es unterwegs! Ey! Lass... Lass die Minions da! Die Kleinen da! Lass! Ja, ich lass ja einen da! Ich brauch auch Deut! Echt mal! Habst nicht immer den, äh... Supporter vergessen? Ich hab ja erst den 16... 15 Sekunden Smite! Und ich hab den Red Buff nicht gesmitet! Okay, Ding ist da! Nice! Boah, hab ich spät gezogen! Lass Gromp machen und dann nach Beck gehen! Ja! Ja, mach dir Gromp! Ich mach doch nochmal die Wölfe! Ey, jetzt läuft der richtig flüssig! Lass kurz den Water and Grey cleanen gehen! Angelegen, wir brauchen mal nicht gegen Diamond zu spielen! Ähm, brauchst du da für meine Hilfe? Also... Ähm, ne, obwohl... Ich... Weiß nicht! Falls was kommt, dann müssen wir das! Dieses Game ist bisschen easy! Weil letzt... Immer wenn ich meine Team-Rank... Team-Rank-Spieler spiele ich immer gegen Diamond zum Platten! Ja, das sind 1-Rank-Spieler die erst! Ja, da kommen welche! Egal, lass Deffen, lass Deffen, lass Deffen! Nein, ich mein, ich krieg die auch im Unrank! Das ist halt das Schlimme! Ähm... Gegen Diamond und Platin und gegen Master kämpfen wir die meiste Zeit! Macht keinen Spaß! Versuch einfach zu Last-Daten, weil... Ja, hatte ich auch ne Zeit lang! Das liegt halt an deiner MMR! Hast du viel gewonnen! Ja, okay, das stimmt! Wir haben vier nochmal hintereinander gewonnen! Auch gegen Master! Den komm! Wir sind toll zum Browser 4 ab! Nice! Nein! Browser 4! Ähm, hattet ihr irgendwelche niedrigen Leute dabei, die halt schon in den niedrigen Ranks... Ja, das hat nichts damit zu tun! Ja, das hat nichts damit zu tun! Ihr könnt selber nicht... Ihr werdet nicht komplett neu! Ey, das hat aber nichts damit zu tun! Wir hatten letzte Season zwei Challenger, ein Diamond... Eh, eh, eh old, eh old, du noch hast! Äh... Jetzt, ähm, Stadix, öh... Sif? Hast du Hurricane? Ja, Hurricane! Dann, ein Klingel des Gestötten Königs! Ah, okay, das geht natürlich auch! Easy! Wash my stayin of the lane, damit du länger... Irgendwer grad geflasht von uns? Nö! Ich... Ja, dann ist nicht... ...so easy gewesen! Nein, ich habe immer noch einen Ghost! Ja, ich, ich, ich... Ich hab mir grad gedacht wieso ich nen Redbox hab! Lass Botlin death'n! Weiß ich auch nicht, warum Red Huff hast. Das Botlane Death, ich hab wieder Exhaust. Ich krieg den wieder. Ey, Rivenfield, Rivenfield, Rivenfield! Ja, top, obwohl... Der Riven ist aber gerade erst hier weggegangen. Genau, aber ich sag ihr jetzt Bescheid am besten. Der wird gleich groß und stark. Keine Sorge, alles überlebt der nicht. Glaubt mir. Hätte ich sie früher gesehen, hätte ich einfach weggeghostet. Dann wär ich aber Wutz weg. Guck mal den Kenny's Leben an, hab ich doch abgezogen. Das war eine W und Auto-Attack. Die pushen mit. Holt bitte, holt bitte. Achso, die haben Fiddlesticks-Jungle. Das ist, ähm... Seid ihr Tankmeter schon richtig dämlich, aber... Davor. Äh, deren Bluboff ist grad ab. Okay, dachte. Ich würde die nicht anlegen, ne? Also da ist noch Fiddle. Oh Gott. Der denkt sich schon. Passt du, also ich hab schon Flash, keine Sorge. Ist ja nicht Wasted. Warte, 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 warte. Killt den. Ich bin nicht mal mehr dazu gekommen, meine Sperre rauszuziehen. Also komm. Na. Komm komm, lass von da laufen, lass von da, lass von da. Lass von da, lass von da. Ähm... Nehmen wir die Viecher hier noch? Ne. Nice. Bitte, 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 Leute. Überleg was zu... Oh mein Gott. Knapp, letzter Tick. Da ist was, scheiß Tick. Kill sie bitte. Extudier. Ja, wahrscheinlich. Ja, doch. Alles gut. Alternativ hätte ich jetzt geultet, um dich hinterherzuschmeißen. Jai, hast du wirklich was? 2 Minuten, okay? Lass für dich Dragon machen diese Runde. Also jetzt mach die Mid-Tower und dann geht back. Also geht der Botlane. Oh, sorry. Lass einfach hier. Mach den Cannon. Kill den Cannon. Nein. Oh, die trifft mal was. Nice. Legendary. Zum Glück spielst du nicht deinen Main ADC. Hol den Tor, hol den Tor mit der Ulti. Aber mit Thresh ist, äh, Kalis natürlich echt voll krass okay. LOL, du fickst den Typ mir. Ja, äh, das ist ein Garen zum einen, zum anderen ist das ein... Der hat sich zu spät gesmikedet, sonst hätte ich 20% weniger Schaden gemacht. Hey, wieso? Wenn ich Gnade hätte ich, der gneitet und vor ihm rumgetanzt. Nee, er muss noch ein bisschen Schaden machen, der hätte noch 300 Lehm oder so. Eine Frage, ähm, hast du deine W rausgekriegt? Darf ich, darf ich den Red Buff haben? Blubber. Blubber. Ja, ich hätte eh machen sollen. Ich hatte den ein Speer drin, weil ich wollte eigentlich nicht mal spielen. Lass ihn mal weiter, lass ihn nicht back in, lass ihn nicht back in, die schlöte ich gleichfalls. Dann kriegst du ihn so. Äh, also ich würde ihn nicht verfolgen, ne Marco? Ja, klar, ne? Ja, das war zumindest nicht mein Plan. Äh, okay, ich dachte auch nicht durch. Bugsy! Ich komm auf die Seite hier. Die kommt nicht. Finde ist irgendwie, ja gut. Finde ich gut. Finde ist top. Finde ist top. Finde ist top. Finde ist top. Finde ist da, komm. Finde ist top, also Botlane pushen. Lass uns mal Botlane durchpushen. Ja, ja. Der ist jetzt Mitte. Lol, Reset. Ja, da ist er. Aber ich schiel dich. Diesen Tod. Oh. Oh, das war gut eigentlich. Das war dumm von mir. Lol. Hahaha. Garen kann TP mehr. Ähm, 19. Okay. Warte 19. Ähm. Mach den drag, mach den Tower und drag. Weiß nicht, wenn man abbricht. Ähm. Ja, drei Minuten denn. Ja, dauert das nicht wenig? Lass mir bitte kennen, lass mir kennen, lass mir kennen. Marco. Kennenlassen. Nein, zwei Minuten vier, äh, zwei Minuten äh, 20 war das. Ops. Gut so. Okay, scheiß auf den Tower. Garen kann, Garen kann aufpassen. Das drag mal. Oh oh. Drang, drang, drang. Ora, ihr hauft jetzt ab. Oder wir hauern ab. Parlet, wir kochen, würden wir ihn jetzt töten. Wow, Arsch. Lol, der kann nichts. Weg da. Dieser Kreuz. Oh, Riven ist auf der Ge... Einfach weggehen. Oh nein, die kriegen dafür den Dragon jetzt. Komm. Soll ich ihn versuchen, ein bisschen zu contesten? Ja, versuch. Okay. Und? Ja, ja, besser als die Film. Ich hab kaum eine, wir müssen erlauben. Ja, ich... Könnte ich noch rein ulten. Okay, warte, ich sag dir wann. Jetzt, jetzt, jetzt ulten mich rein. Auf die Jinx. Ich bin tot. Auf die Canon. Ja, die... Ja, schade. Das war nix. Ich hab dreieinhalbtausend Gold in der Tasche. Das hätten wir nicht machen sollen. Renn, renn, geh doch doch weg. Alter, bist du blöd. Geh chill. Geh weg, geh einfach noch weg. Egal, wir müssen jetzt einmal wieder defensiver spielen. Egal, Top-T... T2-Tower ist dauernd. Wenigstens das. Oh, ich hatte auch noch nicht meine Schuhe. Ohne Schuhe springe ich doch keinen Zentimeter weit. Keine Schuhe? Nein. Ich hatte keine Schuhe. Gitter, Bluboff. Die Fotze. Echt? Die kill ich jetzt. Toll. Es gibt Rache. Lass alle mitlein gehen und bis... Dankeschön. Daneben. Und geh weg, weg. Gib dir eine Kino. Ja, stimmt schon. Ja, jetzt mal Bluboff auf. Ja, nicht da weggehen. Doch. Los. Tower Dive nicht jetzt. Ähm, ja. Du bist tot. Seine Schuld. Andi. Ah, schade. Und? Ah, sehr chill. Ich geb Andi die Schuld. Auch wenn es nicht seine Schuld ist. Mir scheißegal. Pass auf, Cannon. Und? Ah, ich posch. Dieses Highlights und danach vier. Ja. Okay. Los Kalister, go Kalister, go. Go Kalister. Nein. Es ist nicht explodiert. Und Kalten, und Kalten, und Kalten. Ihr überlebt das? Mignon. 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 Hab ich jetzt erst wieder. Und Q. Komm slow. Nice. So schnell ist die Q nicht wieder ab, ne? Pass auf, Garen kommt von oben, Garen. Ja, und ich bin durch den Wort gelaufen. Die Q noch mal. Garen kommt von oben. Garen kommt von oben. Hey, schnell, hilf mir zu klären. Schnell, hilf mir. Oh, ich bin weg. Ich weiß nicht, wo Garen ist. Halt irgendwas passiert. Ich bin da da. Autsch. Als Garen. Piss. Ich brauche ein bisschen Leben. Ja, geh back. Oder hol Minions. Ja, genau. Krieg ich Minion Kids auch. Ich bin da, ich bin da. Keine Sorge. Lass den Bot Tower einreißen in der Mitte. Autsch. Mir hat keiner. Was shit, Ulti. Oh, oh. Ich will hin. Nice. Pass geht back, back. War Tower, War Tower. War Tower ist wichtiger. Furban ist da. Ja, pass. Ja, aber ich bin full life und ich hab alles ab. Okay, ich muss gleich Ulti machen, genau. Ja, aber ich kann nicht Tower life. Ähm. Äh. Ja, der Tower war vielleicht nicht so schlau. Das war jetzt richtig blöd. Lol, geh back. Es ist okay, es ist okay. Komm, Marco weg. Lol, guduld. Nein, ist egal. Passt. Wir haben nicht gefollowed, wir sind so dumm. Wow. Close. Ich def top, geh back, geh back, nein. Willst du? Back. Geh back. Na ja, ich bin... Jetzt du mit, jetzt du mit. Einer muss mit. Ja, ich geh back. Und geh dann mit. Ich geh mit, ich geh mit. Ich bin gleich da. Ich brauch diesen Farm für mein, äh... Kein Ding, gell. Ich mach die, ich... gerne. Web. Fluch des Lichts. Mein Spaß, ähm. Das auf Deutsch hört sich das alles so komisch an. Naja, mach schon. Aber nicht schlecht. Eiii. Eiii. Ich hab mal... Ich kann meinen scheiß Ward-Item ausbauen. Ach, hast du mal wieder nicht gemacht? Ja. Hey, nein, hol dich, Reaper! Wir sind hier in der 20. Minute. Ja, stimmt eigentlich, Marco. Wir brauchen uns lieber. Als ADC kaufen wir tatsächlich eigentlich lieber die ausgebaute Version des Ward-Items. Blauen. Nein, hol das Blaue. Ja, der ist viel besser. Er ist Blauen benutze ich aber nicht. Ja, trotzdem. Ich sag dir, wir brauchen das nachher für Drakes und Barons. Geh mal weg von Top. Also geh mal weg von Top. Ja, mit dem anderen kannst du aber halt da... Lass mir doch den Farm, ich hab... Ich hab Relic Shoot. Ja, ich seh dich, Marco. Ich kann dir aber grad nicht so groß helfen. Ja. Okay, da muss ich nichts machen. Ja. Oh, jetzt... Jetzt wäre mein Ultifier ab. Kiting! 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 Autsch! Ja, Kiting! Ja, Kiting hat nicht so viel gebracht. Ja, ich hab mein Ultifier nicht einfach... Leute, die haben so ne Combo. Bleib bitte gegroobt. Geht da weg und wartet, bis die respawn sind. Ich dachte, ich kann Marco helfen. Das war nicht. Nee, lass Marco sterben, wenn er alleine reingeht. Ja, der war irgendwie bei den, äh, Dingens Fiecher, ne? Der Frage, brauche ich Rüstung oder Magie ist es der? Ähm... Na, ich hol mir Tenacity. Ja, genau. Der wegen der Tenacity hol ich mir das. Äh, Canon ist nicht wirklich AP. Ja, aber ich hol mir jetzt trotzdem Mercury-Schule, damit ich... Scheiße! Wenn du einen crabst, dann kann ich ihn zu anderen. Um sozusagen größer, hab ich schon ein bisschen was. Oh Gott, Andy. So viel Fails. Ja, wo ist unser Team? Ich geh Botlands. So viel Schaden machen wir nicht alle. Die sind alle so neu, wieso hat niemand geholfen? Was denkst du, wie viel Schaden wir machen eigentlich? Das kann ich... Guck mal, wie lau die alle sind, das ist ein Free Panther. Warte, ich hätt gerne einen Panther. Nee, du kommst nämlich nicht. Nice! Du, wow, komm her! Was willst du? Guck, guck! Nice! Wo ist der Nächste? Ich hab dir gesagt... Ich hab dir gesagt, das ist ein Free Panther. Nice! Erstmal erheblich werden. Ey! Geh alle back! Geh alle back! Wir können... Wir sollten jetzt... Baron machen! Baron wäre jetzt perfekt! Baron und dann Drake! Alle back! Alle back! Oh mein Gott! Hey, ich bin voll... Live! Ich bin auch vollläufig, geh auch! Ja, hol dir mal einer! Egal, warte! Kalista, kommst du! Gold! Ich kann mir nur Schuhe kaufen! Verbrauch kein Mana! Kein Mana verbrauchen! Wir warten jetzt... Geh doch back! Das ist schön! Wir warten alle auf dich! Okay! Ich hab irgendwann eh noch 30 Sekunden chill! Egal! Egal! Baron wollen wir machen! Hast du Baron? Ja, je früher wir den machen, desto besser! Reste do back! Da war ein Pinkboard! Ich musste ihn zerstören! Der nicht rein, ist mega! Okay, bleibt da alle stehen! Alle da rein! Alle da rein! Hallo, Gragas! Hast du die Revenenz benutzt? Ja, hat er! Traut! Wir rotieren zum Dragon! Nein, wir bleiben da jetzt so lange stehen! Dann kriegen die halt ihren zweiten Dragon und wir kriegen Baron, das... Los, los, Baron! Fandam! Dann fang dann! Los! Der Dragon spawns jetzt los! Dann hab ich nicht, aber ich bin gleich da! Und soviel schaden mach ich auch wieder nicht! Schnell 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 schnell! Das hängt! Okay, ich schild' dich! Da bist du schön! Dann mach mal Toplane! Toplane ist eh am Weiß, hast du schon gepusht! Die denken sich jetzt alle so... Die denken sich so, hm... Die machen jetzt nicht Dragon? Cool! Free Dragon! Nice well played! Lass top pushen, ja! Ja, sag dich doch gerade! Ja, während wir drag gemacht haben, lass... Geil, die haben wir in Zeit! Ey, das werden die so nicht erwarten! Das hören die sowas von nicht erwarten! Ja, wir müssen genau sauer machen! Wir müssen genau sauer machen! Wir müssen genau sauer machen! Jinx ist noch auf der Bot den Tower Krieger! Ja, die haben Drake nicht genau! Aber auf keinen Fall die! Timet irgendjemand den Drag? Kann ich auch so machen! Kann ich auch so machen! Ja, gebraucht der genau! Schnell den Tower! Oh Gott, er ulted! Oh! Und tot! Good job! Get carried by prison fate! Was? Hey, ich hab den Tower geteckt! Ich hätte zu zerstreien vor den Tower! Good job! Du kannst beenden! Äh, weiß ich gar nicht! Wollen wir wirklich Tryhard jetzt beenden? Ja, natürlich! Das ist die Prank! Nein, Tryhard wäre, wenn wir jetzt nicht beenden, tatsächlich! Ich... Wie oft soll man sagen, es sollte nicht da sein, ne? Oh Gott! Wenn du rausziehen kannst, Gregor! Jetzt ist der Callister gekillt! Hallo! Ich kann alleine gehen! Ey, ja, ne! Ich hätte mich selbst gekillt! Ge- 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 back, das passt! Hallo, Garen ist wieder da! Ich hoffe, wenn Garen nicht rankommt, macht er nichts! Ja, aber trotzdem schön! Mit Lane! Mit Lane ist! Ja, mit Lane der schon! Alter, ich geh nicht hier weg! Mit Lane pushen! You're back, ihr habt doch... Wie lange habt ihr noch Baron Duff? Ah, wir schauen, aber... Ihr habt noch... Wir haben noch den halben Baron Duff! Das ist sehr nice! Ich brauche noch ein bisschen Geld! Ich auch! Ich brauche noch 300! Das ist mir... Ja, egal! Wir gehen jetzt alle in Mid Lane und pushen den Mid Tower! Ne, ne, Bot Tower! Weil das ist viel zu nah von hier auf hier zu pushen! Und wir gehen jetzt... Wir geben jetzt alle Bot Lane! Ja, lass alle Bot Lane! Nah, kommst du! Cut auf Top! Cut auf Red Bot! Wenn die von hier bis dahin gehen, brauchen die mindestens 6 Sekunden! Äh, genau! Holst du uns zumindest nochmal Mid Lane pushen? So! Genau, mach mitlehn! Ich geh direkt Bot Lane jetzt! Ja! Ähm... Na, Dev, du! Wie lange hat Greg respawnzeit? Sechs Minuten? Ja! Sechs Minuten! Okay, dann ist relativ genau bei... Ähm... Na, Dev, Bot! Alle anderen kommen top! Kalista, kommst du! Hm, ja, ja, ich bin noch unterwegs! Ich hab halt nur 400... Registrate! Ich muss ab und zu... Ey! Falls wir Ding machen! Falls die uns erwischen, mach ich hier ein Flashdruck! Ihr läuft mir auf gar keinen Fall hinterher, sonst schlag ich weg alle! Lauf mit her! Äh, was hast du vor jetzt zu machen? Im Notfall! Ein Flashdruck! Nein, die kommen alle runter! Ich hol die auch runter! Egal! Egal! Ohohoho, schöner Schatten! Schöner Schatten! Schöner Schatten! Das sehe ich aber anders! Ja! Gegen Champions! Nice! Lol! Ich hab echt viel Schock! NICE! Glac als Rühren gefickt! Ich flash! Ich flash! Ich flash! Ich hab geghostet! Okay, komm! Ja, verpiss! Oh mein Gott, lass mich doch in Ruhe! Okay! Wer von den Streamt, dass du die ganze Zeit ghostest?! Boah, war der schlecht. Ja, ich weiß. Tut mir leid, aber wenn ich da lachen würde, würde ich meine Ehre verlieren. Ja, nicht nur du. Dings! Oh, den Tower! LOL! LOL! Leute, weggehen, weggehen, Leute, weggehen, weggehen! Ok, stimmt. Die sind alle wieder da. Mitte, pusht Mitte jetzt. Wieso? Jungs! Wir pushen indirekt, Mitte. Ja. War ein guter Push. Emiliens machen den in Tower. Ich mach Backdoor! Lass dich jetzt pushen! Lass dich alle töten! Lasst euch alle töten! Warum bist du so dumm? Ich will das machen! Das glaub ich dir sogar, dass du das machen willst. Hallo! Lass dich alle töten! Nein! Lass dich nicht töten! Oh Gott, Kalis, ich helf dir, warte. Ah, brauchst du nicht. Ok, jetzt kommt Backdoor auf Doom. Lenk sie alle ab, lenk sie alle ab! Bitte schön! Ah, Hilfe! Holt die alle in der Mitte! Holt die irgendwie alle in die Mitte! Ok, 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 komm! Jetzt kriegst du Linn! In der Aufnahme! Wird das hier aufgenommen? Ja, ja, ich nehm ein Gäns! Ah, geil! Hallo, YouPorn! Das ist so geil wie das hier ist, wa? Ey, die können nichts dagegen! Warte! Das hier musst du aber doch nicht hochladen! Das war so Storm! Stimmt, wir müssen erstmal so Ankündigung machen und... Äh... Jetzt, Reshet, deinen Schuss! Stirb, stirb! Stirb! Ok! Reshet, deinen Schuss! Die sind alle mit! Die sind alle mit! Hast du keine Unsinn? Not even close! Nein! Ich hab sogar noch gehealt! Wieso keine rote Karte, Reshet? Nein, die Karte funktioniert doch nicht, du Idiot! Doch, die rote funktioniert! Echt? Ja! Die, die... Ah, nein, die Karte hat funktioniert! Nein! Nein, tödlich! Ey, jetzt alle in den Chat kennen du Lappen schreiben! Alle in den Chat kennen du Lappen! Alle in den Chat kennen du Lappen! Alle in den Chat kennen du Lappen schreiben! Wir haben so gut gewonnen! Ich bitte euch! Ja, ok, los! Jetzt alle, alle reinschreiben, Kendo Lappen! Jetzt alle reinschreiben, Kendo Lappen! Ich bin immer noch im Victory-Screen! Ja! Ja! Los geht alle runter! Kendo Lappen! Kendo Lappen! Dieses Konto, alle schreien! Wir müssten die Gegner jetzt eigentlich auch noch schreiben! Das ist halt noch die Gegner, aber! GG, Alter! Nein, Spank! Kendo Lappen! Yo! Nochmal! Ja!